Ich heiße Eugenia Senik, ich bin eine ukrainische Autorin. Ich komme aus der Ostukraine und seit August 2021 wohne ich in Basel. Ich bin für mein Masterstudium hergezogen. Am 24. Februar ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Seitdem schreibe ich für Bajur über den Krieg. Das Schreiben hilft mir, einen Weg aus der Ohnmacht zu finden und meine Gefühle zu verarbeiten. Am 17. Mai lese ich im Literaturhaus aus diesen Texten vor. Die Lesung wird moderiert von Bajur-Chefredaktorin Andrea Fopp und ich lade Sie herzlich zu dieser Diskussion ein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!